Hey, schön, dass du da bist. Wie du siehst, ich bin verkleidet und ich dachte mir, ich schminke heute meinen Halloween-Look für euch. Ich denke, dabei werdet ihr vielleicht ein wenig entspannen können. Und nächste Woche Mittwoch wird es auf jeden Fall ein Video zum Thema Halloween geben. Ja, ich habe mir noch nicht überlegt, was genau ich hier jetzt für einen Look schminke. Deswegen gucken, wie es aussieht am Ende. Hauptsache es sieht gruselig aus. Die Perücke juckt. Ich sehe nichts durch die Kontaktlinse. Das kann ja was werden. Ich versuche am Ende natürlich noch die zweite Kontaktlinse reinzunehmen. Aber ich denke, das wird nichts. Mal sehen. Ja. Danach darf ich erstmal meine ganzen Pinsel waschen. Kennt ihr das? Man sagt ja immer, wenn man ein Auge zuhält, dann sieht man nicht mehr in 3D, sondern in 2D. Ich stoße überall entgegen, weil ich das auch einfach nicht sehe. Aber gut. Ich dachte mir, ich schmied mir erstmal ein paar Augenringe. Oh. Oh mein Gott. 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 Die Perücke ist der Wahnsinn. Vielen Dank. Ich habe mich noch nie geschminkt oder generell verkleidet in Halloween. Noch nie. Was ich gerne mal machen würde, wäre so ein Fasching oder so nach Köln. Das wäre bestimmt ganz cool. Also, wenn das nicht schon... Ich finde es jetzt schon cool. Okay. Na, was sagt er? Ja, auch ein bisschen Augenringe. Ja, ich möchte eigentlich einen Zombie darstellen. Guck mal ein schönes Grün und noch hier drüben. Nimm das auch noch drüben. Nur wie ich so richtig verprügelt aussehe. Ja. 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 Hombre. Ja. 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 Die ist auf jeden Fall stärker pigmentiert als ich dachte. Die ist auf jeden Fall stärker. Ich bin ein Zombie mit Zommersprossen. Ich bin ein Zombie mit Zommersprossen. Mit Zommersprossen und Picken. Okay, alles klar. Also, ich versuche mir hier jetzt gerade ein bisschen meinen Knochen zu malen. Ich bin auf jeden Fall kein Make-up-Artist. Okay. 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 So Okay Oh god Ja, ich kann euch ja mal erzählen, wie mein Tag war Für die, die es interessiert, mein Tag war gut Ich habe seit 12 Uhr frei, das ist jetzt, ich glaub, halb 1 a 1 Und ich dachte mir, ich mach mich direkt ran Ich muss auch so ein bisschen Okay Ich muss wahrscheinlich nachher meinen Freund von der Arbeit abholen Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was er zu sagen hat Und ich bin auf jeden Fall Und ich bin auf jeden Fall 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 Bis zum nächsten Mal. Jedenfalls bekommen wir bei uns in der Praxis jetzt eine Fräseinheit, dann müssen wir nicht mehr unbedingt die ganzen Abdrücke nehmen für irgendwelche Kronen oder Brücken, das ist eigentlich dann ziemlich angenehm für den Patienten. Und hier. Wow. 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 Und hier. So. Ein bisschen verblenden. So. 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 Vielen Dank. 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 Oh Gott, ich finde immer Augenbrauen so schlimm. Ich kann die Augenbrauen überhaupt nicht zeichnen. Oh Gott, ich kann die Augenbrauen. Okay. Ich kann die Augenbrauen nicht sehen. Ich kann die Augenbrauen nicht sehen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich kann die Augenbrauen. 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 Ich bin die Augenbrauen. Ich bin die Augenbrauen. Ich bin die Augenbrauen. Ich kann die Augenbrauen. Ich kann die Augenbrauen. Ich kann die Augenbrauen. Ich kann die Augenbrauen nicht sehen. Ich kann die Augenbrauen nicht sehen. Ich kann die Augenbrauen nicht sehen. Gut. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich die zweite Kontaktlinse auch noch reinmachen. Aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Aber ich glaube, ich werde es nicht hin. Ist er? Oh mein Gott. Wieso das denn geht? Ich kann die Augenbrauen nicht sehen. Ich sehe schon. Das war eine richtig schöne Klärerei. Oh, holy shit. Ich habe nicht in meine Augen gestochen, aber... Junge, Junge, Junge. Wenn ich mit dem Augenbrauen habe bin. Ich habe es auf jeden Fall auch bei mir. Ich werde es auf jeden Fall auch mit mir machen. Oh, oh, oh. Kommt, immer. Ich werde es mit mir. Ich werde es mal. Nein, ich werde es nicht nachdenken. Ich werde die Augenbrauen nicht 해gen. Was soll das sein? Okay, Feedback zum Blut. Es ist viel zu hell. Viel, viel, viel zu hell. Vielen Dank. Put my chin up in there Let me see Das ist so different. Oh mein Gott, ich habe eigentlich gedacht, dass das etwas dünnflüssiger wäre, aber es ist nicht gut. Na, was meint ihr? Ich würde sagen, mein Look ist fertig. Oh, ich würde sagen. Okay. 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 Okay.